Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, mein Name ist mein Master und heute spielen wir Bad Wars. Als erstes, ja, das hier ist unsere Map. Ich hasse diese Map. Das ist diese mit diesen Ringen und so. Und ich hoffe, euch hat das letzte Video mit Minecraft Survival gefallen. Und ja, jetzt... Ich habe übrigens eine neue Taktik in Bad Wars, meine lieben Freunde. Nämlich, ich gehe direkt, wenn es losgeht, also wenn ich genug habe, zum Diamond Spawner. Das ist nämlich eine sehr gute Taktik, weil dann kann ich sehr gut upgraden. Genau, jetzt habe ich schon genug und kann mich direkt zum Diamond Spawner rüber machen. So, dann kriege ich jetzt nämlich auch gleich direkt Holz. Äh, ich meine, ähm, kriege ich jetzt auch gleich Gold in meine Base. Wow, so. Wo ist der Diamond Spawner da? Ich baue mich einfach so hier so rüber. So, okay, jetzt. Jetzt muss alles wie am Schnürchen laufen. So, und danach bauen wir das Ding dann zu. Mit besserem Material als mit Holz. Okay, jetzt war ein. Oh, Leute, das habe ich nie gesehen! Seit wann ist das denn da? Scheiße! Oh Gott, jetzt sind wir runtergefallen. Dann machen wir das hier halt nochmal, so, jetzt nehmen wir uns, so. Oh, okay, das ist doch okay. Nein, da steht jetzt dieser Dude. Nein! Oh, Alter, das hat mal. Okay. Wer steht da nicht da? Ist der da? Nee. So. So. Ja. 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 Okay, denn das kann ich springen, so. Leute, Diamonds! So. Hier ein Diamonds. Super, hier. Diamonds. Jetzt sind wir noch nicht. Oh, oh. Weg hier, Leute! Weg hier! Oh, 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 oh. Wir müssen jetzt echt weg. Die kommt, glaube ich. Nee, sie kommt da nicht. Oh Mann, deine Dame. Ich bin damit geil. Ist sie da? Sie ist bei einem Bett. Dann kann ich ganz kurz. Nee, 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 nee. Ja, ist das zu riskant. Das ist zu riskant. Ich will jetzt hier nicht so auf den Rest gehen. Das ist hier weg. So. Warten wir den damit noch mit. Dann haben wir sechs. Und plus. So, knallen wir den damit noch mit. Und dann... Okay, jetzt. Einfach nur noch rüber. Und das Ganze verwerten. So, Upgrades. Gold. Ist da. Ja, jetzt können wir das hier noch upgraden. So. Und nochmal. Jetzt haben wir Volleisen Upgraded. Jetzt kommt ja schön was runter. Und dann können wir uns jetzt auch noch bessere Blöcke holen. Wie viel kostet dieser Block? 15. 10. Nee, ist zu teuer. 8 Gold. Na, ich glaube, das nicht. So, den nehmen wir. So. So, den nehmen wir. Diesen Block. So, weil der scheint ziemlich stark zu sein. Das ist ziemlich gut. so, 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 so. Aber nochmal hier. Und jetzt. Ey, Leute, wir backen hier drin. Hilfe. Ich muss hier raus. Oh Gott, jetzt dauert es wieder Jahre. Ernsthaft, das dauert ja. Ja, wir haben ihn abgebaut. So, jetzt ist hierzu. Jetzt haben wir eigentlich alles gut verbaut, würde ich sagen. Dann, jetzt geht es mal ab an unseren Spawner. Und jetzt graden wir nochmal die Golds, also Gold ab. So, 5 Gold, das bräuchte ich jetzt. 10 Gold, ja. Reden wir nochmal ab. So. Ah, warte. Wie kostet das? 5 Emeralds. Ja, jetzt haben wir uns jetzt eine gute Waffe. 10 Gold. So. Oh, hier kommt viel zu viel runter, Alter. Das ist so krank. So. Jetzt holen wir uns aber erstmal ein Schwert. Und gehen in den Krieg. Was heißt Krieg? Also, äh, ich will eigentlich nur. Äh, ein bisschen was von drüben. Also Emeralds sein. So. Dafür muss ich mir jetzt. Jetzt brauche ich ein bisschen Eisen. So, 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 so. Oh, 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 oh. Ja. Fünf Eisen sollen reichen. So, fünf Eisen. Oder warte, lass mal ganz kurz so unseren Gegner gucken, ob die schon was zu weg haben. Diesen, ja, das raus, der ist raus. Ich gehe jetzt eigentlich mal ein bisschen weiter. Ich will jetzt in die Mitte gehen in so Mittel. So. Da ist jemand. Leute, da ist jemand. Kicken wir ihn runter. Scheiße. Leute, 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 Leute. Das geht gerade echt nicht. Leute, da holt es uns ins Bett. Bett ist trottet. Los, 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 los. Schwert. Schwert. Ein vernünftiges Schwert. Da, 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 da. Nein. Mist. Hat Darkwing gewonnen? Als ob. Wir sind, glaube ich, ein Dritter geworden. Ja, wir sind ein Dritter geworden. Okay, dann gehen wir jetzt, würde ich sagen, in die nächste Runde. Äh, ja. So. Hm, genau. Jetzt machen wir mal wieder diesen Jump in Run. Oder Parkour, wie die das auch immer nennen. Eigentlich ist es Jump in Run. Aber die nennen es Parkour. Also nennen wir es auch Parkour. Wow. 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 Okay, das sind wirklich so die, ja, genau, diese Blockhase. So, wir haben jetzt noch 20 Sekunden was zu versuchen. Ja. Ja, 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 ja. Wow. Oh, oh, wow. Ja, wow. Ja, wow, wirklich klasse. Ja, das ist echt, hier kann man nicht klatschen. Aber ich habe es jetzt trotzdem gezahlt. So. Mal wieder meine Taktik, um Dritter zu werden. Ich will, eigentlich wollen wir alles zu werden, aber erstmal will ich, muss ich mich ganz schnell zum Diamond Spawner rüberbauen und dann, ja, alles zu holen. Weil dann kann ich das hier upgraden und dann upgrade ich das hier. Also, ihr wisst schon. Vier. Und jetzt kommt vielleicht der fünfte. Was wird? Wo ist der fünfte? Da ist der fünfte. Super. Dann geben wir jetzt so Items, Blöcke. Wieso? Ja, genau. Den Blockhase hier eigentlich an. Wo ist denn hier der Diamond Spawner? Alter, der ist der heute. Boah, der ist nicht. Der, der springt einfach. Ja. Genau so macht es auch immer. So, gleich sind wir da. Ja, da ist er dann erstmal. Ach, ich sehe schon diese kleinen funkelnden Dinger in meinen Ärmchen. Oder in meinen vierkigen Armen. Ja, wie der noch sei. Wir sind gleich da. Ja, so, so. So, so. Jede Sekunde. Kann ich schon berühren? Nein, kann ich noch nicht. Aber gleich. Ist da jemand drauf? Nein, da ist niemand drauf. Ja, wir können drankommen. Uh, geschafft. So. Jetzt haben wir den Wicke noch sicherer. So. So, jetzt holen wir uns die Diamonds. Und. Wir haben Diamonds. Drei. Jetzt gehen wir wieder zurück. So. So. So, Upgrades. Jetzt graden wir das hier ab. So, jetzt noch diese Dinger hier. So. 18. Upgrades. So. Jetzt haben wir die auch upgraded. Jetzt gucke ich mal ganz kurz nach Rüstung. Items. Rüstung. 50 Gold. 50 Iron. Ah, ne. So. So, äh, ich sag. Nehmen wir erstmal die. Achso, wir haben nicht genommen. So. Jetzt haben wir ab genug. Nehmen wir uns erstmal so ein paar Boots. Wo sind die Boots? Nein, das sind Upgrades. Ja, hier. So, jetzt tun wir uns hier ein bisschen was. Ja, ich will sagen, den auch noch. Achso, den. Können wir uns grad nicht leisten. Jetzt aber. So. Und dann nochmal den hier. So. Ja, das ist ein bisschen Rüstung. Egal. So. Jetzt noch ein Schwert. Und jetzt würde ich sagen, graden wir das hier ab. Den Gold-Dings. So, Gold. Nochmal. Und der hier kostet jetzt 10 Gold. Ja, kriegen wir hin. 9 Gold. So, jetzt. Upgrades. Jetzt haben wir komplett Upgrade. Jetzt kommt da irre viel runter. Äh, das ist abnormal. So, jetzt müssen wir aber ganz sehr gut unser Bett einbauen. Alters. Was? 10 Diamonds. Oh, ne. 5 Euro. So. So, so, so. So. So, so. Oh, grad. Jetzt hab ich mir eine verbaut. Egal. So, 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 so. Okay, Trim Red ist auch raus. Wir sind jetzt noch 6 Teams. So. Jetzt. Machen wir mal weiter mit dem Schwert. Wir haben uns ein viel besseres Schwert. Ja, 10 Gold ist da. So, und dann tun wir hier mal in die Truhe ein bisschen eisen. So. Dann bauen wir jetzt wieder rüber. Mit einem schönen Block. Ja, 5 Gold gönnen wir. Eigentlich ist das nicht so gut zum Rüberbauen, aber egal. Ist jetzt egal. So, okay, gut, dann. So, hier lang. Hier vorsichtig. Ist da auf der anderen Seite das Team. Keine Ahnung. Okay. Wir haben 6 Diamonds nochmal. Aber die brauchen wir jetzt gerade nicht. Sondern wir müssen uns da rüberbauen. Ich will dieses Smart Tip. Ich brauche nämlich ganz dringend zu Markte, weil dann kann ich ihn auch damit in meiner Hülle spawnen lassen. So. 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 Ja, so. Okay, wir sind nur noch 4 Teams. Das kriege ich hin. Ich hoffe, ich schaffe das diesmal auf den ersten. Ich bin halt nicht so gut an Kämpfen. Das ist das Problem. Das gleiche ist nämlich die zweite Runde dann auch vorbei. Und leider damit auch schon das Video. Aber jetzt ist ja noch nicht so weit. Jetzt. Und erst mal da rüber. So. So. Jetzt ganz schnell. Die Smaragte. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Wir gönnen uns, wir gönnen uns. Smaragd. Der kommt in die Mitte. Okay. Weg hier. So. 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 Okay. Oh Gott, ich bin gerade so auf. Alter. Okay, 4 Teams noch. Das ist echt krass. Jetzt muss ich aber gleich in den Kampf. Boah, haben wir da viel liegen? Meine Freundin, das kriege ich alles gar nicht untergebracht. Ja. Nein, uns fehlt ein Emerald. Es fehlt ein Emerald. Dann müssen wir jetzt nochmal zurück. Und uns einen Emerald. holen. Wieso habe ich das noch gebaut? Ja, natürlich. Um links zu verschrecken. Aber trotzdem. Nein. Okay. Okay, wir müssen jetzt aufpassen, da ist jemand. Gegenüber. Der baut sich zu uns. Der ist bei uns. Alarmstufe Rot. Alarmstufe Rot. Okay, Alarmstufe Rot. Alarmstufe auch Grün, Blau und... Wo ist er denn? Da ist er. Da ist er. Er hat nur ein Steinschwert. Gut. Nein. Was macht er? Los, komm doch runter. Komm doch runter. Willst du Stress? Dann kriegst du Stress. Was macht er denn? Was ist er denn für ein Noob? Digga, was ist er denn für einer? Was ist er denn für einer? Was macht er denn? Ist er noch ganz bei Trost? Hä? Was soll das werden? Wow. Du bist ja ein ganz krasser, ne? Ja. Fühlst du dich jetzt cool oder fühlst du dich jetzt cool? Mann, regen die mich auf. Ey, Digga. Ich versche dich. Okay. Werde ich schon entstammengenäht sein und vergessen? Was ist das für die Hände? Die Hände verstecken. Okay, die Hände verstecken. Die Hände verstecken. Ich weiß, dass er gleich kommt. Ich will den Schnellhörer kommen. Ah! Er hat ihn gesehen! Ah! Oh Gott, nein. Okay, wir sind raus. Meine lieben Freunde, wir sind raus. Wir sind vierter geworden. Ah, ja. Na egal. Ich finde, es ist besser gelaufen als beim letzten Mal. Also, wir sind einmal dritter und einmal vierter geworden. Ja, ich finde das eigentlich ganz gut. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und gutes Gelegen. Bis dann. Euer Meinemaster. Ciao, ciao. Und abonniert... Ganz kurz noch. Abonniert meinen Kanal. Warte. Ich mache es diesen Männchen aus. Abonniert meinen Kanal. Aktiviert die Glocke. Und ganz wichtig, teilt das Video mit deinen Freunden, Verwandten oder mit denen, die mich nicht kennt. Ist mir egal. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.